Rein in den Mut, groß was der Angst. Ich will noch zum Schluss was mitgeben, wegen der ganzen Sache. Max Weber empfehle ich mal, der hat was dazu geschrieben zur Gesinnungsethik gegen Verantwortungsethik. Kann man sich mal einlesen und ich finde mich da sehr wieder in dieser heutigen Zeit, wo ich sehe, ah ok, die einen handeln verantwortungsbewusst, gucken, was hat das denn für Folgen, können wir die Folgen uns zumuten und die anderen gucken, nö, ich habe so die Meinung und ich will das so und ich will jetzt hier halt fürs Klima und so weiter und so müssen wir das machen, egal was die Folgen sind. Alles nichts Neues gibt es schon lange. Max Weber, Gesinnungsethik gegen Verantwortungsethik.